Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Absolut der Empfehlung. Der Peter. Der Mann. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es kreist einen wirklich mit. Willst du mal die? Is it time to play another great Hellraiser movie? Or was our suffering legendary after we watched this movie? Even in hell? Even in hell. Das werden wir jetzt mal aufzuspielen. Das ist die Lament Configuration. Ich kriege die Leviathan Configuration gar nicht rein. Sei froh. Obwohl, die bringt Power. Great Power. Ja, und damit kommt. Große Responsibility. Great Hellraiser Movie. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Halloween Special hier auf eurem und unserem Lieblingsfilmkanal. Filmfressen. Ja. Haben wir uns angeguckt. Den neuen Hellraiser. Es gibt endlich nach 35 Jahren mal wieder einen neuen Hellraiser Film. Ich dachte, der wäre von 87. Damit ist es ja auch richtig. Ja. Wisst ihr? Das schneide ich nicht aus. Es ist 2022. Es ist 2022. Es ist 2022. Und es wurde Zeit, endlich mal wieder einen neuen Hellraiser Film zu drehen. Ich weiß gar nicht, wie lang der andere her ist. Aber irgendwas in den 10ern. Also, Doug Bradley hat ja noch den Pinhead gespielt bis zum achten Teil. Hellraiser und Hellseeker, ne? Nein, das war der sechste. Dann kamen... Hellworld? Deader und dann Hellworld. Ah, okay. Und danach kamen noch zwei Filme, die einfach nur gedreht wurden, damit man die Rechte nicht verliert. Revelations und noch irgendwas. Okay, ich kenne nur Revelations. Ja, siehste mal. Krass. Und jetzt, endlich wieder ein Film. Mit Doug Bradley. Peter, ist es ein Reboot? Ja, tatsächlich. Ist kein Remake. Ist es ein Remake? Nein. Nein. Ist es ein Requel? Nein, ich hab's doch schon ja gesagt, deshalb... Es ist, äh, ja, es ist ein Reboot, kann man sagen. Es ist eigentlich eine Neuinterpretation des Buches von Clive Barker, The Hellbound Heart. Eine Neuverfilmung. Auf Deutsch, äh, ja, Neuadaption. Ja. Ja. Ähm, oder auch das Tor zur Hölle. Hast du das gelesen, das Buch eigentlich? Zum kleinen Teil, ja. Ich hab dir das Buch ungefähr 13 Jahre lang ausgeliehen. Und du hast wie viele Seiten gelesen? Wahrscheinlich nur drei. Drei Seiten. Ich weiß es gar nicht mehr, genau. Okay. Naja, auf jeden Fall. Äh, basiert der neue Film von David Bruckner, der hier Regie geführt hat. Oder Bruckner. Nee, Bruckner. Der hat, ähm, The Night House gemacht. Den haben wir besprochen im Podcast. Der war ja ganz okay, glaube ich. Ganz solider, ähm, Grusel, Mystery, Horror, Thriller mit Rebecca Hall, die hier eine großartige Leistung bringt. Da, ja. Und, ähm, jetzt haben wir den neuen Harry-Racer-Film, den er inszeniert hat. Mhm, gesehen. Ja. Was passiert denn da? Sollen wir erstmal auf die Handlung eingehen? Äh, ja, es ist quasi Evil Dead. Wir haben eine Drogensüchtige, die einen, äh, besorgten Bruder hat. Ähm, ähm, die, äh, drogenabhängige Dame, der Name ich tatsächlich auch vergessen habe. So egal. Okay. Ähm, die hat auf jeden Fall auch einen Macker. Ähm, ein Stecher aktuell. Und, äh, der gefällt ihrem Bruder nicht. So, aber das ist jetzt auch nur so nebenbei. Ähm, letztlich, ähm, wird... Alle leiden unter akuter Geld. Ja? Ja. Alle? Es geht auch um Geld. Ja, der Bruder kümmert sich ja um sie, sagt aber auch so, ey, ich muss hier Miete zahlen und so weiter, ne? Das wäre cool, wenn du dich mal ein bisschen beteiligen könntest und so weiter. Und letztlich fliegt sie auch deswegen. Ähm, aber es wird auch der Würfel gefunden. Sie fliegt, weil sie rückfällig wird. Ja, genau. Ja, gut, aber dadurch, dass sie rückfällig wird oder dadurch, dass sie Drohungen nimmt, kann sie nichts erwirtschaften. Ne? Und sie, sie möchte ja dann auch, äh, an, sag ich mal, ja, nicht unbedingt Geld, aber, das Einzige, was sie macht, ist dann eventuell stehlen. So, und, äh, dabei wird halt auch der Typ gestohlen. Und der Gerät dann in die Hände ihres Mackers. Der Gerät. Beziehungsweise. Genau. Die Puzzlebox. Genau. In ihre Hände. Le Marchant's Box. Ja, und, äh, wie jeder Mensch das täte, auch wir, äh, wird, spielt jeder, der diese Box in die Hand kriegt und öffnet damit halt nun mal die Hölle ins Tor. Ja, das Spoiler. In der Stelle. Genau, und dann kommen die, äh, Cenobiten. Die Cenobiten, die hier angeführt werden von Jamie Clayton. Sie spielt Hell Priest, aka Lead Cenobite. Was? Nicht Pinhead? Wurde ja erst am zweiten Teil, glaube ich, Pinhead überhaupt genannt. Aber kann man auch Pinhead nennen, wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall, äh, Pins im Head. Ja, die, äh, Pins im Head. Und die Cenobiten sehen hier eher aus, so wie sie im Buch beschrieben werden. Dass nämlich die, die Haut teilweise abgezogen ist, das mit der Haut, ähm, also die, was sind? Das haben wir in späteren Teilen auch, also wir haben das ja auch in vielen Hellraiser-Teilen abgezogen. Erstens sind die halt in diesen fetisch, schwarzen Fetisch-Klamotten und so weiter unterwegs. Ja, 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 Latex. Ja, aber das ist im Buch nicht so. Okay. Im Buch ist, äh, wird die Haut quasi nochmal so zu einer Art Kleidung, äh, die auch teilweise dann die Geschlechter verdeckt. Denn zum Beispiel der Hellpriest ist im Buch keinem Geschlecht zugeordnet. Hat eher feminine Züge und die Stimme eines kleinen, aufgeregten Mädchens. Das passt ja dann hier. Passt ja sogar vielleicht hier eine Dame gecastet zu haben. Wobei die Stimme nicht ganz so kindig ist. Nee, gar nicht. We have such sights to show you. Generell finde ich das, äh, Casting von Jamie Clayton cool, weil so umgeht man auch dieses, den Vergleich mit Doug Bradley. Das war ja auch das Problem der letzten Filme, weil man dieses so, das ist nicht Doug Bradley. Und so konnte man alles nochmal neu machen und orientiert sich näher am Buch. Ja. Zumindest was das Aussehen der Zenobiten angeht. Ansonsten orientiert sich der Film auch so ein bisschen an dem Hellraiser von 87 und an Hellbound. Optisch, was so manche Sachen angeht. Total. Ich sage nur Leviathan zum Beispiel. Vor allem Hellbound. Ja. Was den gestrickten Würfel angeht, also der dann so zu einem... Ja, die Konfiguration. Also, auf jeden Fall ist das, äh, also ja klar, die spielen damit, dann kommen die Zenobiten, die verlangen... Äh, Opfer. Ja, also Blut. Wenn du da mit deinem Blut rankommst an die Klinge, die dann aus dem Würfel kommt. Das ist verkackt. Ja, man ist dann halt dran, aber man darf ja Wünsche äußern, quasi. Ja, aber sie, äh, umgeht das ja erstmal, ne? Sie hat ja gar kein Blut, das erstmal bei ihr fließt. Es ist ja... Aber sie sagt ja, die Klinge war für dich bestimmt. Ja, natürlich, klar, sicher, ne? Aber, ähm, äh, sie... Der ist sicher ihr Bruder, der als erstes hier, äh, Blut vergießen lässt und der ist der Erste, der dran ist und dann halt verschwindet. Und dann ist sie auch so ein bisschen so ein, ähm, äh, who finds her brother. Genau. Es geht darum, den Bruder zu finden. Das ist, äh, die Aufgabe. Weil der nämlich, ähm, also sie spielt mit dem Würfel rum. Ja. Fällt dann aber, äh, ja, also... Der hat rumgenommen. Ja, schläft ein, weil sie ein bisschen zu viele Pillen genommen hat und so. Äh, und der Bruder, den Bruder erwischt es dann. Sie zusammen mit ihrem Typen und noch, äh, Leuten machen sich... Der Freund des Bruders. Genau, Freund des Bruders, ja. Und einer bekannten, äh, noch einer befreundeten Frau. Genau. Und die machen sich auf die Suche. Und die führen, die führt sie dann zu dem... Wo ist der 13 Geister? Genau, ja, zu Roland Voigt. Roland Voigt. Der hat sich eine schöne Villa gebaut und da spielt dann so die zweite Hälfte. Des Films. Ja. Wobei wir ja auch am Anfang schon so einen Sneak Peek, sag ich mal, kriegen. In der Eröffnungsszene, genau. Wo man auch direkt, äh, die ganzen Firmamente und, äh, ne, die Geometrie des Würfels so ein bisschen abgebildet sieht. Was sehr cool aussieht, tatsächlich. Das ist die Geschichte des... Der Neuinterpretation des Buches. Oder des Reboots, wenn man so möchte. Ja, es wird eine neue Generation auf jeden Fall auch gemacht. Jetzt fragt ihr euch, wie wir das finden, wie wir das einordnen, was wir dazu sagen. Das erfahrt ihr gleich, nachdem wir euch mal kurz unsere supergeilen neuen Halloween-Shirts zeigen. Bis gleich. Bis gleich. Stabbing knife and smashing head. Boiling face and ice of dead. While the blood is running red. Breeding thoughts and stunning greed. Licking wounds until they bleed. All those needs to be. Ja, Peter, wie findest du es denn? Gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Ja, die Erwartungen waren runtergeschraubt, ne? Ja, durchaus. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich wusste auch gar nicht, dass der so schnell rauskommt. Ich hab das total verschlafen. Okay. Läuft auf Hulu übrigens, ne? Genau. Auf dem Streaming-Service. Ja. Wir sind in die USA geflogen extra, um den natürlich gucken zu können dort. Ja, und das auch nur, weil uns einige Patreons unterstützen, hatten wir uns die Flüge leisten können. Deswegen lohnt es sich, Patron zu werden. Genau, weil wir dann solche exklusiven Filme vor euch besprechen und wahrscheinlich deutschsprachig hier so die Ersten sind, die den besprechen werden dürften. Und ja, es hat sich tatsächlich auch ein bisschen gelohnt, weil ich sagen muss, es ist ein erfrischender Reboot, abseits von vielem anderen Scheiß-Reboots, die es so gibt. Ja. Generell immer die Frage, dann braucht man sowas. Ich find's hier wirklich gelungen. Es liegt an mehreren Sachen. Ich find erstmal so, die Geschichte ist ganz cool. Und dass man, die Zenobiten sehen unglaublich cool aus. Okay. Da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Was ich cool finde ist, ich habe das Buch nicht gelesen, okay. Obwohl ich es dir 20 Jahre lang ausgeliehen habe, ne? Ja, hilft auch nicht, wenn du es noch fünfmal betonst. Ich weiß nicht, wie die ursprünglich aussehen sollten. Ich find eigentlich die Idee von dem, wie sie aussehen, sehr cool. Mir hat das Latex, Lack und Leder hat mir sehr gut gefallen. Klar, das ist halt sehr kinky, so die ersten paar Filme. Also das ist jetzt hier anders gelöst. Ja. Was ich aber sagen muss, ist, ich fand's manchmal nicht so ganz organisch, wie es aussah. Ja, also besonders bei ihr, das sah für mich tatsächlich nicht so geil aus, wie beispielsweise die Genese in Teil 2 in Hellbound. Wo wir halt quasi auch eine komplett enthäutete Figur sehen. Das ist für mich tatsächlich, auch wenn es 30 Jahre später spielt, ein Rückschritt, wie ich finde. Also diese Anzüge, die die da tragen? Ja, das fand ich, hätte man heute geiler darstellen können. Weil es halt auch, weil da auch überhaupt nicht mit Blut gespielt wird oder so. Ne, dass es halt einfach, dass es ausgetrocknete Wunden sind. Ja, aber ich bin ja schon mal froh, dass nicht alles aus dem Computer ist, ne? Dass da jetzt nicht irgendwelche Leute einfach in einem grünen Anzug da rumgelaufen sind und die alles am Computer gemacht haben, sondern dass das wirklich so Latex-Anzüge sind halt. Das find ich auch schon mal cool. Und dann teilweise ein bisschen was mit dem Computer gemacht. Ja, aber die Sache ist halt auch, es ist halt auch komplett im Dunkeln. Der Film ist insgesamt sehr düster. Ja, find ich schon mal geil auch. Ja, natürlich, das ist cool. Das trägt ja auch da zur Atmosphäre bei und so fort. Aber es nimmt uns halt auch so ein bisschen die Chance, das wirklich in seiner Gänze zu schätzen, was wir da sehen. Aber dafür sehen wir sie ja auch häufig. Häufiger als vorher. Die Cenobiten sind hier schon recht präsent und die reden auch viel, ne? Also kommunizieren da schon. Ja, hauptsächlich sie natürlich. Was ich generell an den Cenobites immer geil fand, ist ja dieses, die sind ja nicht so dieser übliche Slasher-Bösewicht. Das sind ja jetzt auch nicht Michael Myers oder Freddy Krüger. Es ist ja nicht so, dass die da hingehen und sagen, wir wollen jetzt die Leute töten. Sondern eigentlich bringen die ja... Geben und nehmen. Ja, die bringen eigentlich Vergnügen. Die haben nur eine andere... Slasher? Was können wir tun? Was geht ab? Was ist dein Begehren? Ach ja, das und das. Zu ihren Diensten. Genau. Und dann gibt es ja zum Beispiel eine Figur, die bekommt ja da so eine Maschine in die Brust. Und da werden dann die Nervenenden immer so hin und her gezogen. Das finde ich eine coole Idee irgendwie. Eine coole Idee finde ich auch wirklich bis zur Gänze. Aber ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Ja klar sieht es komisch aus. Nee, aber ich finde das auch irgendwie... Weil das Design der Cenobiten und die Abwechslung auch hier wieder sehr cool. Wobei es tatsächlich so... Wenn ich dann so tatsächlich an einen geschmähten dritten Teil denke. Hier, Hell on Earth. Mit dem CD-Mann und solchen Geschichten. Ich finde es hier, was die Abwechslung angeht, auch sehr cool. Aber es ist manchmal dann auch so dennoch irgendwo ein Einheitsbrei, ich finde. Weil die Diversität unter den einzelnen Cenobiten dann nicht so groß ist. Zumindest optisch nicht wahrnehmbar. Boah, nee, das finde ich überhaupt nicht. Es gibt ja diese eine, die so... Diese Haut vorm Gesicht hat, die so runtergezogen wird. Ja, aber es ist halt... Die nicht gut atmen kann. Und nicht so die ganze Zeit so schwer atmet und auch nicht sieht. Ist das die? Ja, genau, stimmt. Er oder sie, ich weiß es ja auch gar nicht. Ist aber egal. Auf jeden Fall dieser Cenobit, der auch nicht sieht. Dann gibt es ja noch den Typ, der irgendwie so dieses Gesicht aufgezogen hat. Und dann hinten nichts mehr ist. Dann gibt es noch die asiatisch aussehende Dame. Die hat ja auch nochmal irgendwie anderes. Dann gibt es Chatteras auch wieder dabei. Genau, also die sehen schon alle sehr unterschiedlich aus. Ja, aber es ist halt immer irgendwas mit aufgezogener Haut und... Ja, ja, so werden die ja... Genau. Das ist schon einheitlich. Ja, es ist... Die haben ja einen einheitlichen Look. Da hatten sie ja bei den ersten Filmen ja auch, indem sie halt irgendwie Lederklamotten oder Latexklamotten anhaben. Ja, aber deshalb habe ich halt den dritten Teil tatsächlich angesprochen, weil der sehr differenziert, sehr divers war in der Darstellung. Mit der Kamera. Ja, aber das fand ich irgendwie cool. Okay, ich finde das hier... Ich finde, die sehen super aus. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Form und die Muster des Würfels immer wieder kommen. In der Architektur, irgendwie auf dem Spielplatz. Also egal, wo wir sind, irgendwie gibt es immer mal wieder so einen Kreis oder so ein Viereck mit einem Kreis zu sehen. In irgendwelchen Formen, in verschiedensten Formen. Und der Würfel selbst, dass diese verschiedenen Konfigurationen eine Rolle spielen. Und vor allem erklärt werden, ne? Genau, die Lament-Configuration, was die bedeutet, was die Leviathan-Configuration bedeutet. Das ist die Lament-Configuration, dann die Leviathan-Configuration und so weiter und so fort. Und dass das wirklich auch eine Auswirkung und Ausmaß hat auf diese Welt. Und das ist der nächste Punkt, Worldbuilding. Und das finde ich hier irgendwie cool. Also der bringt wirklich, also dieses Haus, was sich da der Void gebaut hat, hat ja wirklich auch eine Funktion. Und das finde ich eine coole Idee und ich finde es wirklich cool umgesetzt. Ich hatte da wirklich meinen Spaß mit. Ja, ist nicht so, dass ich da keinen Spaß mit hatte. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gelungene Neuinterpretation, ein gelungener Reboot für eine neue Generation, weil ich nämlich... Ich bin nicht die neue Generation, ich bin trotzdem total zufrieden. Ja, genau. Das ist halt die Sache, weil ich glaube halt, dass er beide ansprechen kann. Ja. Er holt uns ab, die halt mit dem Original, mit dem zweiten und mit allen anderen irgendwie groß geworden sind, die halt den ersten und auch den zweiten vor allem groß abfeiern. Aber die holen halt auch eine Generation ab, die die entweder nicht kennen oder vielleicht angestaubt finden. Weil, ich muss ehrlich sagen, so den ersten, da könnte ich mir vorstellen, dass man mit heutigen Sehgewohnheiten schwierig. Ja, vor allem die Blu-Ray-Varianten, die zeigen ja zu viel. Man sieht ja da leider Schminkränder oder halt auch diese Schiene, auf der das Monster fährt. Das ist nicht so... Könnte, ne? Da reicht die VHS-Variante. Die bringt dann mehr Zauber. Auf dem Ruhr im Fernseher. Ja. Ich glaube einfach, dass da alle abgeholt werden können mit. Ich finde die Geschichte cool, auch dass man sich jetzt nicht wieder der Geschichte aus dem Buch, die ja schon in dem ersten Film, die Clark Barker schon erzählt hat, dass man sich der bedient, weil es auch, es ist ein bisschen einfach in der ersten Geschichte Frank, ne? Der ist halt ein Unsympath, keiner mag den. Ja. Den dann quasi so vor den Zug zu werfen, ne? Zu sagen irgendwie, also Kirstie öffnet halt die Box und sagt dann so, ne Moment, ich kenne einen, der es euch entwischt, ne? So, nehmt lieber den, ne? Und dann diesen Handel da ausführt und hier ist das halt was anderes noch, ne? Die sagt so, ja okay, ich will, meinen Bruder habt ihr geholt, ich will den wiederhaben und die sagen, okay, dann gib uns zwei weitere Opfer, ne? Und dann muss die irgendwie entscheiden zwischen ihren Freunden, will sie aber auch nicht, findet dann noch einen Kniff raus. Ja, sehr spannend, wie es dann letztlich gelöst wird. Ja. Fand ich auch cool. Ja, das fand ich cool. Der Film geht zwei Stunden. Oh, das ist, äh, tatsächlich merkt man das. Und ich finde das sehr kurzweilige zwei Stunden, muss ich sagen, ne? Ja. Also das hat mir wirklich, am Ende bekommen wir dann nochmal zu sehen, wie die Zenuiten halt entstehen. Ja. Das fand ich eine coole Idee, das noch reinzubringen und das... Jetzt in der letzten, letzten Szene. Ja, genau, ja. Und das bringt uns ja nochmal so ein bisschen, also Thema Worldbuilding, ne? Man sieht so, da, da geht noch was. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier noch einen zweiten Teil bringt oder einen dritten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber ich hab da irgendwie Bock drauf. Ne, weil er schafft es ja tatsächlich auch so ein bisschen so die, 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 die großen Stärken von Teil 1 und Teil 2 zu kombinieren. Ja. Und er hat etwas, was heute häufig sträflich vermisst wird, aber dann auch immer wieder, ne, wir haben es letztens in Smile beispielsweise gesehen, aber auch in vielen anderen Horrorfilmen, Figureninteresse. Was halt auch wieder anscheinend doch wichtig wird, was ich gut finde. Weil es hier wirklich so ist, dass wir großes Figureninteresse haben. Nicht nur was unsere Raubfigur angeht, sondern auch was die Nebenfigur angeht. Oder auch quasi die bösen Figuren, die Antagonisten, die auch wirklich eine Motivation haben, die auch nicht immer nur schlecht ist. Ja. Und das ist gut, wenn man dieses Interesse hat und dieses Interesse halt auch bedient. Ne, und dann kann das halt auch wirklich funktionieren. Und auch die Zellobiten, wie gesagt, die sind ja nicht einfach nur böse und kommen da hin und sagen so, wir wollen euch alle platt machen, sondern die sagen so, ihr habt uns doch gerufen. Also, die Regals sind die Regals, ne? Also, wir machen hier die, das sind die Regeln, so danach wird gespielt. You opened the box, we came. Richtig. Von daher? So ist es. Für manche sind es Engel. Für manche sind es, äh... Dämonen. Richtig. Auf Deutsch klingt das irgendwie komisch. Demons to some, angels to others. Sound Design würde ich gerne nochmal positiv hervorheben. Ich habe das mit meinen sehr guten Kopfhörern, habe ich mir das angehört. Okay. Da kriege ich halt mehr mit, als wenn das nur Fernsehen... Ich habe kein gutes Soundsystem zu Hause, aber ich habe sehr gute Kopfhörer. Und Stimme, die von den... Nicht nur von Jamie Clayton, sondern auch von den anderen Cenobites, die sind sehr... Die ist so verzerrt, so total... Also, schon irgendwie auch gruselig. Aus der Hölle. Save your breath for screaming. Die klingen so ein bisschen wehleidig, also, ähm... Klagend. Zaffernd. Ja. Leidend einfach. So ist es, ja. Und gleichzeitig aber auch irgendwie bestimmt. Also, ganz cool, was sie da rausgemacht haben. Die sind halt sehr verzerrt, sehr entfremdet, die Stimmen. Also, wurden verfremdet. Entschuldigung. Und das Thema. Es wird ein paar Mal angespielt. Und Spoiler an der Stelle. Es wird auch mal ausgespielt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Also, das muss ich sagen. Das haben sie sehr schön integriert. Was Christopher Young hier für den ersten und auch für den zweiten tatsächlich geliefert hat. Das haben sie aufgegriffen. Das haben sie als Inspiration genommen. Ähm, diese Inspiration dann halt auch ein bisschen modern aufgespielt. Ich finde es herrlich. Auch da wieder der Fall, wir werden abgeholt, weil wir es kennen. Und alle Neuen können sich halt an den alten Klängen in neuem Gewand, sag ich mal, ergötzen. Das ist schon sehr cool geworden. So ist das. Ich habe einen sehr, sehr großen Kritikpunkt. Okay, ich hatte schon einen, ja. Der läuft nur auf dem Streaming-Dienst. Ach so. Warum bringen die dann so einen Film nicht ins Kino? Es war schon bei Prey eigentlich ein bisschen, äh, eine Chance verpasst. Aber bei dem Film finde ich das noch schlimmer. Also, ich finde es noch eklatanter und wirklich ärgerlich, dass der Film nicht im Kino läuft. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form er irgendwie in Deutschland dann mal erhältlich sein wird. Wahrscheinlich über Disney Plus oder keine Ahnung, wer sich dann die Rechte da kauft. Ja, von mir aus ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Also, es überrascht mich einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt. Weil ich verzeihe dem halt viel und muss aber gar nicht so viel verzeihen. Also, alles, was irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt gar nicht so viel Negatives ein. Weil ich bin da sehr offen drangegangen und habe wirklich gemerkt, okay, gut, das ist halt hier, das ist eine andere Geschichte. Sie funktioniert in dieser Hellraiser-Welt. Okay, dann erzählt mir halt ein bisschen was Neues, aber auf Basis der alten Sachen, die wir schon kennen. Und das wird alles irgendwie cool eingebunden. Also, ich bin da zufrieden. Das ist eine runde Sache. Keine Eckige. Sehr schön. Ich würde es tatsächlich auch empfehlen. Manchmal war mir die Hauptfigur dann doch wieder zu unsympathisch. Aber letztlich... Okay, jetzt wo du es sagst. Die Hauptfigur wird eine Zeit lang auch auf das Spiel genommen. In dem Gebäude. Ja, genau. Da denkt man auch sehr gut. Und dann sitzt die auch nur da doof rum. Ja, genau. Okay, hätte man sich vielleicht was Cooleres einschauen lassen können. Ja, aber trotzdem... Gore, der Gore, blutige Szenen. Das ist okay. Ja, da sind ein paar schöne Sachen dabei. Auf jeden Fall. Auch wenn man mit hohen Erwartungen, glaube ich, dran geht, wird man hier nicht groß enttäuscht. Das hätte man viel schlechter, aber auch nicht viel besser machen können, tatsächlich. Das ist nämlich die Sache. Es wurde schon ein paar Mal viel schlechter gemacht. Auch mit Doug Bradley in der Hauptrolle. Und ja, es ist doch gelungen. Ja. Schön, dass das Franchise dann halt auch mal für jung und alt so neu aufgefricht hier präsentiert werden kann. Wunderbar. Für die Worte muss ich ja Dank sagen, Peter. Und auch mit mich anstoßen. So sieht es aus. Wir sind die Filmfressen. Empfehlen euch den Film. Empfehlen euch unser Merch. Natürlich immer Patron werden. Abo abschließen. Glocke läuten. Das kostet nur ein bisschen Zeit und vielleicht ein paar Euro. Aber unterstützt uns. Wir bedanken uns und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit unseren Halloween-Specials und generell mit unseren Videos und Podcasts. Bis dann. Und empfehlen natürlich auch den ersten Film. Und zweiten. Halleluja. Untertitelung des ZDF, 2020